ich gehe mal verkaufen das ist so viel scheiße dabei stimmt 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 so was verkaufe ich denn das dass das dass ich auch so dass wir das das behalte ich auch mal das behalte ich das mag ich nachher glaube ich in die bank das verkaufe ich das verkaufe ich die artefakte können nicht alle weg ich hab jetzt verkauft so schilde das weg und das kann ich meine anpassung habe ich ein neuer anpasst ninja stern zack wieder drei nehmen müssen fertig und wir wollten eigentlich nach v2s cauldron wieso drei das waren drei mission 83 von 90 in der mission laut spiel jetzt auf geht auch voran hier was fünf von diesen türen also wahrscheinlich gibt es mehr aber ja aber ich kann mir nicht vorstellen dass noch sieben nehmen mission gibt und wir haben ja schon drei im quest log ich finde ich süß mal ok das finde ich ist eine gute sache unterstütze ich das gebiet gefällt mir sehr gut weil die nehmen sind sehr lustig muss jetzt wieder oh gott oh gott das war einer finde das hemd und die hose aber hier ist erstmal nur das hemd ich glaube ich ja wahrscheinlich okay ja mal das hemd suchen ich glaube zwei sachen haben wir schon das hemd das hemd das hemd das hemd so ist die hose halt ist das hier und weg go ja die haben säure gemacht sind die dauer auf dich diese steuerung von den autos ist echt zum kotzen vor allem eine kante und das auto das dreht sich ja als ob da zwei kanten gewesen wären wir müssen zu malokio dem roboter der mensch werden will mit einem hut einer hose und ich bin der meinung das funktioniert ja definitiv malokio ich trage jetzt die kleidung ich finde ich sehe gut aus eitelkeit sehr menschlich aber warum fühle ich mich dann noch nicht wie ein mensch ich habe keine gliedmaßen ich habe gehört dass diese banditen gliedmaßen haben frag sie doch nach welchen ist gar kein problem okay der hat eine sniper wie hieß denn das nochmal was wo man sieht wie viele mission ähm bei den ausforderungen herr fahr weiter wo müssen wir hin oh wir müssen natürlich jedes gliedmaß einzeln einsammeln ja ah was steht bei dir 84 von 90 ja gut wir haben jetzt ja gerade noch eine gemacht ja neben die missionar genau kannst du wieder einsteigen ja ja die sachen liegen da einfach rum willst du es eben holen gehen mhm i do it ah so eine fähigkeit wo du sachen ran ziehen kannst wären cool ja das stimmt das stimmt ein ganz schnuckliger roboter jetzt ich schon kann ja gar nicht anders sein mit so schönen körperteilen mhm ich sehe es ja 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 herr steigt mein ich warte noch frikt Ich halte den Rücken frei. Und wer hat mir den Kopf frei? Das mache ich auch. Hier ist eine Sirenenmutter. Könnte was für dich sein. Team-Abklingzeit scheint für uns beide zu gelten. Ah ne, da komme ich nicht drüber. Die ist putt putt. Aber hier bist du ja richtig. Ich bin auch sehr gratis gesprungen finde ich. Habe ich leider nicht gesehen. Ja toll. Weil ich auf der Karte zugange war. Ach so. Hast du da geflappt? Ja. Wie immer. Ja, diese Gliedmaßen sind eindeutig die besten. Menschheit, ich komme. Hallo, ich bin ein Mensch. Hi. Mir ist eins klar geworden. Ich begreife nun, dass Menschsein nichts mit Kleidung oder einem Gesicht ausfleisch bringt. Der bringt uns da. Möglich. Auf Pandora bedeutet, dass man versucht andere Menschen aufzubringen. Oh ja. Einer stört. Einer stört und besiege Mel. Wenn ich dich ermordet habe, werde ich ein richtiger Mensch sein. Ein sehr menschlicher Instinkt. Oh Gott. Wäre ich ein Mensch, könnte ich das Adrenalin fühlen. Bist du aber nicht. Du wehrst dich. Wäre ich. Aua. Das hat wehgetan. Aua. Menschen empfinden Schmerz. Ich habe Schmerz empfunden. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Hurra. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Ja. Das war's? Genau. Tschüss. Nee. So, dann machen wir mal einen neuen Versuch, wo wir jetzt hin müssen. Aha. Haben wir ja alles? Ja. Krass. Äh, los mich da mal bitte hin. Hm. Ich habe nicht so wirklich Ahnung, wo wir hin müssen. Ähm. Was ist hier unten? Oh Gott. Oh Gott. Also hier müssen wir nicht hin? Sicher? Kommen wir da nicht auch? Hm. Nee. Wir müssen jetzt zurück auf den Weg. Verlassen zu Arid Nexus. Aber da müssen wir bestimmt nachher noch hin. Keine Ahnung. Hier sind sehr viele Übergangswege. Möglich. Ich habe auch schon wieder ein Level ab. Hm. Ich auch. Stirb, Rudi Mon. Und dann nach rechts. Ja, wieder über die Brücke, ne? Oh. Und dann eigentlich geradeaus. Geradeaus. Achso, über die Brücke. Mhm. Oh, und jetzt hier rechts halten. Ja. Thor 2's Cauldron. Kaldron. Ach, Kaldron. 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 Oh, das ist wieder ein neues Gebiet. Das kann doch nicht sein, dass jetzt hier schon wieder neue Nebenmissionen sind. Ja. Das macht überhaupt gar keinen Wind. Ach, du wieder. Da. 86 von 90. Wir können denn hier immer noch so viele Nebenmissionen sein. Wir haben ja noch drei im Questlog und hier sind ja schon zwei. Erhöht die Action-Skill-Abklingzeit. Hm. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ja, komm doch, warum? Was ist denn der positive Effekt davon? Naja, plus 13 verkürzt. Äh, also plus 13. Abklingzeit. Und sonst nix. Nö. Dann wird das aber... Alter, wer ist er denn hier? Nein. 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 Engelchen. Nein. Wirklich schön vollgekotzt. Nein. 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 Ja, danke. Nee, das hat mir geblieben. Oh Gott. Hallo? Hier ist nix. Ach, da oben. Wo? Über uns. Ach so. Wie kommen wir denn da hoch? Zu Fuß. Aber wo? Keine Ahnung. Gut. Dann. Mann ey. Ich würde sagen, wir gucken, dass wir irgendwie runterspringen, oder? Ist das Beste. Hier. 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 Das. Da hast du nicht dazu. ok links haben wir neben mission wir haben wir noch eine mission vor allem dann ausgerechnet das viele okay ich habe ein level wie ich kann das sein ich weiß auch nicht mehr das ist dein ernst jetzt sind sie wow ihr habt ja viel drauf und wer schon mal nicht viel und der andere wird auch nicht sehr viel drauf haben ich habe ich auch fast genug um die letzte stufe für den speichern zu kaufen nicht schlecht warum genau müssen wir jetzt hier damit die fahne nach oben geht nicht genug für den letzten 8,9 waffen so ein minus 19 prozent waffen genauigkeit plus sechs prozent waffen rückstoß reduktion vorher erhöht sie genauigkeit aber ich glaube wir müssen da drin bleiben sonst die schien die ganze da drauf du hast die flage gehisst oh stehe den generator oh Ooooooooooooooooooooooooooo!